So, hier eine kurze Demonstration meines Umbaus. Der Hamcar 1203 umgebaut in den 1205. Und los geht die Fahrt. Der Titelagent. Und dann können wir mal starten. Step, nächsten Titel. Jetzt können wir mal programmieren. Sagen wir mal, der erste Titel soll Titel 4 sein. Und der zweite Titel soll Titel 1 sein. Start. Und der fährt es ab. Titel 4. Repeat geht natürlich auch. Dann können wir auch Vorlauf machen. Langsam Vorlauf. Schnellen Vorlauf. Rücklauf. Langsam Rücklauf. Bei den Tasten ist es nicht ganz optimal. Aber da arbeite ich noch dran. Langsam und schnell. Eigentlich funktioniert es schon. Vorlauf langsam. Schnell. Und absenken. Umschalten. Schwindigkeit. Absenken. Zurück. Absenken. Gut, wir brauchen ein bisschen. Und nochmal Start. Und der fährt wieder vor. Ja, das war's. Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau. Wenn jemand Fragen hat, kann er mir gerne Fragen stellen. Bye. Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau.